Die Radiobocken-Wochenvorschau mit Thilo Liebs. Heute startet die Falschpacker-Aktionswoche. Bevor sie jetzt wild ihre Kiste irgendwo hinstellen, so ist das nicht gedacht. Es geht eher darum, das zu vermeiden. Ich finde, man könnte das auch von der Straße auf den Supermarkt ausweiten. Immer hat irgendwer seinen Korb vor der Tiefkühltruhe geparkt und ich muss mich lang machen, um meine gesunde Pizza mit 30% Fettanteil in der Trockenmasse zu ergattern. Morgen werden Messbojen in den Barlebersee gesetzt, weil die Wasserqualität da so problematisch ist. Gott sei Dank wird er nächstes Jahr saniert. Bis dahin müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht reinfallen. Der Phosphorgehalt ist so hoch, dass Sie noch tagelang danach im Dunkeln leuchten. Am Freitag startet die bundesweite Insektenzählung. Das klingt nach Arbeit, da haben Sie recht. Sie können natürlich helfen, wenn Sie wollen. Einfach eine Strichliste machen, wenn Sie mal wieder so einen kleinen Krabbelfreund mit der Zeitung oder wahlweise Ihrem iPad erschlagen haben und den Kadaver nummeriert in einem Einwegglas aufbewahren. Danke. Die Wochenvorschau mit Thilo Liebsch. Zum Nachhören auf radiobrocken.de Und um aufkum resximiert. clothes город werden Hauwaon Jahre alt- Kanton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Formon-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ansst cameras. G сказала G instances ich bin Sternengewschuheft, Bab jetzt seit Janelle bis Terra und nach Nate bis securely in Kussw performers. auch hier ist ein Wettbewerden. Was experiments sehen können Sie genau sehe,